Nutze einen Computer in einem Forschungslabor der 7, um die Aufnahme zu analysieren. Landet zum Beispiel hier, geht ganz nach unten und hier findet ihr wieder den Computer. Interagiert einfach mit dem Computer, ihr müsst öfters mal die Taste OK, ein freundlicher Gegner, das ist immer willkommen. Benützt einfach mehrmals die Taste und schon habt ihr den Auftrag erledigt. Untertitelung des ZDF, 2020